Ja, es ist soweit, wir werden den Mitsubishi hier verkaufen. Es fällt mir ja jetzt auch ehrlich gesagt schwer, denn ich habe das Auto eigentlich lieb gewonnen. Also es war ja ein bisschen so der ungeliebte Sohn hier in der Garage. Ich wollte ihn eigentlich erst gar nicht so schnell fertig machen. Dann haben wir es ja doch getan, haben eine mega geile Reise gemacht, sind problemlos mit dem Auto vorangekommen, hatten echt gar keine Sorgen großartig und hatten eine richtig coole Reise gehabt. Das Auto ist klein, es ist wendig, es passt ja in jede kleine Packlücke rein und hat auch in der Stadt immer gar keine Sorgen gemacht. Also irgendwie auf jeden Fall mega schade, den abzugeben. Aber ich meine, bei uns steht das Ding nur rum. Hier steht es in der Halle, hier gammelt es nur und wir kümmern uns nicht so richtig drum, weil wir jede Menge andere Projekte haben. Und dementsprechend habe ich mich jetzt festgelegt, dass wir dieses Auto verkaufen, dass es einen neuen Besitzer bekommen wird, der dem Fahrzeug dann Liebe schenken kann und mit dem auf Reise geht. Denn dafür baue ich ja die ganze Sache hier, dass so ein Auto unterwegs ist, damit man damit ein paar tolle Abenteuer erleben kann. Und ja, bei uns steht es rum, es ist einfach nur schade drum. Und wir brauchen den Platz, denn es wird auch wieder was Neues kommen, definitiv. Und deswegen muss der hier als erstes weg, unser kleiner Allrad Mitsubishi. Ja, schade drum, aber es geht auf jeden Fall weiter und Platz für Neues. Damit wir den dann abgeben können, will ich mal noch ein paar Kleinigkeiten machen, denn der neue Besitzer von dem Auto, der soll damit ja genauso viel Spaß haben wie wir. Ja, was werden wir machen in dieser Folge mit dem Fahrzeug? Und zwar werden wir an der Elektrik noch ein bisschen rumarbeiten, im Innenausbau noch ein bisschen was machen, ein paar Kleinigkeiten an Rostarbeit noch machen, denn in der Türkei wurde was gemacht, was ich nicht so gut fand und da will ich nochmal nacharbeiten und damit starten wir jetzt. Wir hatten hier bei dem Auto einen kleinen Wassereinbruch und zwar hat sich herausgestellt, dass das hier drunter ist und da wurde nicht so geil gearbeitet, deswegen werde ich jetzt hier nochmal alles öffnen, hier unten drunter neu lackieren, neu versiegeln, damit das wieder lang hält. Dafür werde ich jetzt erstmal hier die Front abbauen an der Stelle, damit wir da wieder gut rankommen und mal das alles auskratzen, aber ich zeige euch das. Ich habe es jetzt hier mal brav alles abgeklebt, denn hier unten drunter, hier war es ja undicht gewesen und man sieht hier schon, da ist Rost drunter gewesen und da haben die Türkei es einfach nur so zugespachtelt. Das hält jetzt natürlich eine Weile, aber ist natürlich gar nicht Sinn der Sache, deswegen werde ich jetzt hier einmal alles schön abarbeiten und dann am Ende neu lackieren, neu versiegeln und dann sollte das wieder funktionieren. Ich habe jetzt hier mal noch den Träger vorne abgenommen, denn ich werde jetzt die ganze Front nochmal vorne neu lackieren, weil ich habe keinen Bock, wenn ich hier einen kleinen Teil lackiere, dass man das dann halt am Ende sieht. Deswegen machen wir die ganze Front nochmal, deswegen habe ich hier auch einmal die Stoßstange vorne abgenommen, damit ich da unten schön in die Kanten reinkomme. Das habe ich nämlich beim letzten Mal, als wir den ja an einem Tag lackiert haben, nicht so ordentlich gemacht, deswegen gehe ich da jetzt nochmal unten lang, damit der neue Besitzer des Fahrzeuges auch glücklich ist. Ich habe hier noch ein paar andere coole Sachen besorgt. Hier sind noch ein paar neue Träger, aber die passen leider nicht für unsere Dachreling. Da muss ich jetzt nochmal neu bestellen, habe ich gerade schon gesehen. Und was ich hier auch noch cooles habe, ist einmal manuelle Hubs. Denn ein gängiges Problem bei dem Auto ist, dass die Vorderachse vorne mal mitdreht und ab einer gewissen Geschwindigkeit, ab 80, 90, kann man das auch gerne mal hören. Das ist eine kleine Krankheit von den Fahrzeugen, deswegen habe ich hier mal noch so einen manuellen Hubs gekauft. Da kann man dann die vordere Achse quasi zuschalten und abschalten. Das heißt, wenn man die halt nicht haben will, schalten wir auf 2, 4x2 und sonst 4x4. Ich hoffe mal, dass die passen. Denn hier bei dem Mitsubishi, da passen viele Sachen immer nicht so richtig, habe ich so das Gefühl. Das werden wir jetzt mal probieren, dass wir das hier mal einmal festmachen. So, wir haben jetzt mal das Auto rausgestellt und ich habe hier den vorderen Teil nochmal nachlackiert und Marcela macht innen schon mal ein bisschen sauber. Denn wir haben tatsächlich nach der letzten Reise das Auto nicht wirklich sauber gemacht und auf jeden Fall was, was noch passieren musste. Ganz zum Schluss machen wir nochmal von außen sauber. Aber Marcela macht jetzt schon mal die Scheiben, weil... Na, weil ich sonst von innen nicht sehe, ob diese auch was sind, wenn die von außen so dreckig sind. Die Front ist jetzt wieder zusammengebaut und lackiert. Jetzt geht es mal weiter mit der Elektrik von diesem Fahrzeug. Wir haben ja ursprünglich das Auto damals konzipiert mit einem sehr, sehr kleinen elektrischen System. Das heißt, eine sehr kleine Batterie. Wir haben hier nur eine 65 Amperestunden AGM Batterie drin und nur ein 80 Watt Solarpanel obendrauf. Wir hatten bei unserer letzten Reise, als wir in den Irak gefahren sind und das Video verlenke ich hier oben einmal mit, dann am Ende doch entschlossen, dass wir diesen Kühlschrank hier mitnehmen. Ich zeige euch den mal ganz kurz. Und zwar ist das hier dieser Magira Kühlschrank. Der ist ja eigentlich ziemlich geil. Wir hatten damals aber dann gar nicht den mit 12 Volt mit der Batterie verbunden, sondern tatsächlich nur über unser zusätzliches Batteriesystem, was wir dabei hatten. Wir hatten noch so eine große Jackery Powerbank dabei gehabt. Haben wir ihn nur damit betrieben. Jetzt mit dem Verkauf des Fahrzeuges tun wir diese Jackery gar nicht mitgeben. Deswegen wird diese Batterie, die hier drin ist, die ganze Sache hier alleine versorgen. Es wäre dann auf jeden Fall zu wenig, um den Kühlschrank zu betreiben, denn den Kühlschrank werden wir mitverkaufen. Ist ja hier alles schon vorbereitet dafür. Deswegen werde ich jetzt eine Lithium-Batterie einbauen. Hier ist das gute Stück. Ich habe mich mal wieder für eine Active-Batterie entschieden. Und zwar sind ja die Lithium-Batterie eigentlich so das Nonplusultra im Camper-Van. Und ich bin dann auf jeden Fall immer super zufrieden, wenn ich so einen Teil habe. Bisher liefen die ganzen Active-Batterien bei mir auch komplett problemlos. Also wer das sich fragt, bisher hat hier alles wunderbar funktioniert. Wir hatten die ja bisher schon echt oft verbaut in den letzten Jahren. Und wir haben jetzt keine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, sondern wir nehmen eine 75 Ampere-Stunden-Batterie. Das hat jetzt eigentlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, nichts anderes passt hier in diesen Batteriekasten rein, weil die Batterie ist relativ klein, die wir dort verbaut haben. Und wir müssen jetzt natürlich hier eine größere Batterie auch mit reinkriegen. Sie hat auf jeden Fall mehr Ampere-Stunden als die AGM-Batterie, die hier drin ist. Das Teil hier kostet etwa, lass mich lügen, 640, 680 Euro, 700 Euro. Ich werde es auf jeden Fall unten einmal verlinken, dass ihr euch dann die Batterie, wenn ihr sie selber haben wollt, nochmal genauer anschauen könnt von den Daten her. Auf jeden Fall reicht hier für dieses Fahrzeug eine 75 Ampere-Stunden Lithium-Batterie vollkommen aus. Wir haben hier gar keine großen Verbraucher, also eigentlich nur den Kühlschrank. Und hier ab und an nochmal mit 220 Volt, was auch immer man laden will. Das ist hier vorne mit verbaut und sonst hat man ja eigentlich nur den USB mit dem Licht. Dementsprechend ist eine 75 Ampere-Stunden-Batterie vollkommen ausreichend für das, was man hier vorhat bei diesem Fahrzeug. Und das Teil werden wir jetzt mal verbauen. Ich werde jetzt hier als allererstes mal die Batterie lösen, die hier drin ist. Das ist ja alles sehr schön verbaut. So, die Active-Batterie ist jetzt eingeschalten. Denn das Gute dabei ist, es gibt auch eine App, mit der man arbeiten kann. Und bei der App sieht man auch die ganzen Verbraucher, wie viel Volt die Batterie hat, wie hoch die Kapazität ist. Hier sieht man auch, wie die Temperatur der Batterie ist und wie viele Zyklen die hat. Denn so eine Lithium-Batterie ist ja der Vorteil gegenüber einer AGM-Batterie, dass sie ja etwa 4.000 bis 5.000 Zyklen hat. Das heißt, dass man sie 4.000 bis 5.000 Mal entladen kann und wieder aufladen kann. Und sie dabei dann nicht so viel an Leistung verliert, wie so eine AGM-Batterie, die nur ungefähr 300, 400 Zyklen hat. Dann sieht man hier auch noch, wie viel die Batterie eigentlich gerade verbraucht. Wenn man jetzt zum Beispiel den Kühlschrank anmacht, etc. in Ampere. noch eine System-Info und das war es dann auch schon. Also eine sehr kleine App, aber auf jeden Fall eine sehr sinnvolle App. Und die sollte man sich immer noch mit draufziehen, wenn man sich so eine Lithium-Batterie von Active kauft. So, den Kühlschrank, den wir nur ursprünglich provisorisch hier reingestellt hatten, habe ich jetzt angeschlossen. Den kann man jetzt hier einstecken und dann läuft die ganze Sache auch. Und hier kann man es natürlich dann alles schön bedienen. Gibt es auch eine App für, kann man sich auch runterladen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit diesem Kühlschrank. So, während ich mich hier mit der Elektrik beschäftige, wird Marcela mal zum Reif-Pennler fahren, die neuen Reifen aufziehen. Ich werde jetzt erstmal hier mit hinten anfangen, denn hier will ich gleich noch mit ein paar neuen Trommelbremsen arbeiten. Also hier mal neue drauf machen. Ist nicht unbedingt notwendig, sieht nur ein bisschen scheiße aus, sind nur schon ein bisschen rostig. Deswegen kommen jetzt für den neuen Besitzer nochmal neue Bremstrommeln drauf. Also fangen wir hinten an. Ich habe jetzt hier noch relativ alte BF Goodrich-Räder drauf gehabt. Die sind zwar noch in Ordnung grundsätzlich, sind auch nicht so krass viele Jahre alt, aber schon ein bisschen abgefahren. Und als wir damals, oder als wir vor kurzer Zeit noch damit in den Irak gefahren sind, hat das noch gereicht. Für eine Tour würde ich es auch nochmal behalten, aber es macht auf jeden Fall mega Sinn, jetzt neue Reifen drauf zu machen. Und ich habe dafür welche rausgesucht. Für 15 Zoll Offroad ist jetzt gar nicht so einfach. Die neuen Besitzer wollten gerne AT, also andere Reifen drauf haben. Und ich habe jetzt welche besorgt. Ich habe hier Yokohama Geoländer besorgt. Die neuen Reifen sind jetzt auch eingebaut. Ich habe auch schon mal geguckt. Die Hubs hier vorne funktionieren auch. Also 2x4 und 4x4 kann man jetzt manuell zuschalten. Auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Und jetzt wird Marcela vorne den Fahrerraum unten mal noch neu streichen, denn da hatten wir jetzt gar keine Matte drin, als wir unterwegs waren. Und sind dann auf dem frisch gestrichenen Boden einfach rumgelaufen. Und das werden wir jetzt nochmal ändern. Also wird da nochmal nachgestrichen. Und dann machen wir da wahrscheinlich noch eine Isolierung unten rein. Und dann ist da vorne auch schon fertig. So und jetzt geht es ums Einpacken. Ja und zwar kommen ja heute die neuen Besitzer unseres Mitsubishis. Und die wollen gleich die erste Nacht hier bei uns in der Gegend darin übernachten. Und dachten wir uns, wir können sie ja nicht ganz ohne Equipment lassen. Und haben zum Beispiel hier so ein kleines Camping-Kochset noch schnell besorgt. Das stellen wir ihnen jetzt rein. Und dann haben wir noch eine neue Lichterkette und alles, dass es auch ein bisschen schön ist. Außerdem haben wir noch ein Upgrade gemacht. Was bei uns nämlich mega genervt hatte, war, dass diese Lacken hier extrem gewummert haben. Beim Fahren, weil hier oben unter den Holzleiten kein Träger war, um die Holzleiten in das Metall zu befestigen. Deswegen haben wir jetzt hier so eine Blende gebaut, die an dem Holm an der Seite angebracht sind. Dadurch diese Leisten nach oben drücken und von der anderen Seite auch nochmal die Leisten mit dieser Blende fixiert. Jetzt ist hier alles total wackelfest. So die Bezüge, die haben wir jetzt auch nochmal frisch gewaschen. Das wird gleich ein kleiner Kampf, die wieder rauf zu machen, stimmt's? Ja. Und ja, das können wir dann auch mal als nächstes machen. Und dann fehlt hier vorne noch der Boden im Fahrerraum. Ich habe hier unten drunter nochmal sauber gemacht, also die Sitze rausgenommen. Denn hier in der Mulde, da sammelt sich so richtig schön der Dreck. Ich mache jetzt noch einmal richtig schön sauber, dann kommen die Sitze wieder rein. So, jetzt wird der Wagen gleich abgeholt. Es ist soweit alles fertig, alles gemacht. Leider konnte ich die Halterung vom Dachzeug jetzt erstmal noch nicht tauschen. Ich muss nochmal neu bestellen, ein drittes Mal. Die waren dann doch ein Stückchen zu hoch gewesen, deswegen bleiben die Alten jetzt einmal dran. Die halten ja auch, aber sie sind natürlich schon so ein bisschen rostig. Ich werde den Pärchen, die das Auto übernehmen, dafür neue Halterungen schicken. Da müssen sie leider selber tauschen. Aber wir sind jetzt soweit fertig. In einer Stunde wird das Auto abgeholt und dann sagen wir goodbye. Und dann ist es weg und wir haben Platz für ein neues Projekt, was eigentlich ehrlich gesagt schon draußen steht, aber ich zeige es euch noch nicht. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was es für ein Fahrzeug ist, was wir ins Land gezogen haben und was wir damit vorhaben. Denn das wird auf jeden Fall auch wieder richtig special. Und das gab es hier bei uns, bei der ganzen Camperbranche, bei YouTube noch nicht, was wir vorhaben mit diesem Auto. Also seid gespannt auf jeden Fall. So, wir haben uns hier vorne nochmal neue Isolierung unten reingelegt. Hier liegt jetzt die Matte bereit, die wir dort noch reinlegen werden. Hier habe ich noch zugeschnitten. Waschen wir das Auto einmal draußen, bevor es dann endlich weg geht. Irgendwann später. Unser Mitsubishi ist jetzt weg. Die Fläche ist frei hier. Jetzt ist wieder Platz für was Neues. Aber in dem nächsten Video werden wir uns hier nochmal um unser großes Biest kümmern, denn da fehlt auch noch eine Kleinigkeit. Wem das Video gefallen hat, wem der Mitsubishi gefallen hat, das war nämlich ein richtig geiles Auto, fand ich. Also wieder erwarten tatsächlich. Der liked das Video gerne und lässt ein Abo da. Und wir sehen uns dann in einigen Tagen wieder, wenn es weitergeht hier bei unserem großen Fahrzeug.